ja und hier sind wir auch schon wieder hallo liebes gamer volk bei steve fox let's play uncharted 1 ich hoffe ihr habt spaß dabei und wenn ihr das video hier das allererste mal sieht abonniert mich ich habe auch andere neue nette spiele wie gesagt abonniert mich und guckt mich weiter schreibt mir nachrichten ja schreibt mir nachrichten und und ich werde versuchen auch alle zu beantworten die es natürlich werden zu beantworten und bewertet meine videos ich meine wenn sie schlecht sind dann muss ich natürlich was verbessern und wenn sie gut sind dann okay dann brauche ich glaube ich nicht zu verbessern aber ich weiß auf jeden fall dass es euch gefällt weiß nicht das jetzt haben wir noch ein kleines ritel die zeichen kenne ich doch ja die kennen wir mal gucken was haben wir die ordnung dieser zeichentrick bedeutung so nee das nicht das da das drücken wir mal zuerst ja da eröffnet sich war es ja ich weiß ein bisschen rüber springen wir springen und springen so nummer zwei nummer zwei ist es das hier kenne ich echt kaum nein es ist nicht es ist erst das hier so hier drücken und die nummer zwei der schlüsse ist geöffnet das war das was hier vorne war dahin gekriegt habe ich geschafft nummer drei und ratet mal was ich jetzt mal ratet jetzt endlich mal was ich jetzt mache ja genau ich glaube erstmal kreis so kreislaufen macht spaß jetzt öffne ich die nummer vier und die nummer vier ist nämlich dieses kommen die komische fratze hier und entweder lacht er mich an oder er guckt mich böse an aber wir haben es geschafft und es öffnet sich war sehr interessant ganz schön tief ja anscheinend sind da an der seite stufen warte mal ich sehe die auch runter gehen ist gut nicht sehr vorsichtig ja komm ich will runter wieso denn jetzt ich bin doch genau an diesen dingern gewesen ja ach egal was sonst man muss es nicht verstehen ich brauche es auch nicht zu verstehen denn ja ich muss jetzt ja 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 ich weiß ich weiß tut mir leid was gibt's denn hier schick schick sehr süß hat nicht so bestimmt früher als kuscheltiere was haben wir eingelassen ich denke doch genau gleich was ich denke die denken bestimmt genau das gleich was ich denke wir sprechen es gibt schlimmeres und schon ist es geschehen war auch was ist denn da ich werde bestimmt irgendwas öffnen damit er oben uns hinher kommen kann ohne dass er ins wasser geht naja ist ja ist ja auch egal jetzt bin ich nass mensch das ist ja ein helles köpfchen unser Nathan jetzt bin ich nass so jetzt mal hier ein bisschen lang gespringen jetzt hier ran hangeln hier ran und hoch und hoch und klettert und eins und zwei und drei und vier und ich spring jetzt hier ah fässer jetzt weiß ich auch was ich machen muss ich werde nämlich hier zielen und abschießen es explodiert und die tür ist auf ich meine ist ja ganz normal mache ich ja auch jeden tag wenn ich meinen schlüssel vergessen habe schieße ich auf die fässer und die tür geht auf hat er bestimmt von chuck norris hier wieder ich nehme den hier na los zu zweit cool was ist das da müssen wir nicht durch oder oder muss ich doch nicht lang laufen na egal ich versuche es mal sieht sicher aus ja genau die Balken wackeln schon hoch nein 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 schnell weg hier komm, renn, 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 renn puh, hat man geschafft und er... Toll, und er springt uns nur hinterher ist doch egal gehen wir weiter hoch mal gucken, was das auch lohnt das will ich danach auch hoffen nochmal ein bisschen schneller so, wir sind nämlich jetzt oben angekommen und mal schauen, was es da so gibt oh, Wahnsinn Sie haben den Tempel drum herum gebaut und um was? eine Statue eine Goldstatue eine Riesengoldstatue schau mal her, diese Menschen da die huldigen dem Ding wenn das überhaupt Menschen sind na klar El Dorado, der goldene Mann Sully, es war keine Stadt aus Gold es war das hier es war ein Götze aus Gold Mann, kannst du dir vorstellen was das Ding heute wert wäre? schau mal hier, Spuren die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift und wir sind leider 400 Jahre zu spät und gehen leer aus ja, sieht so aus verdammter Mist außer... außer was? wir folgen der Spur Eldorado eine Statue also folgen wir mal den Spuren mal gucken, was uns da erwartet oder was uns äh was es da so gibt bin ich mal echt gespannt oh, hier geht's raus hier hören sie auf ja die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut klasse und jetzt und jetzt ich würde mal sagen die laufen da lang ach ne da brauche ich glaube ich nicht zu gucken die laufen einfach mal den Weg hier lang vielleicht finden wir da was oh, da ist Sahel vielleicht ist seine Lichtung irgendwo muss es ja hingehen schöne Garfik Halsali, hörst du das? na, sowas sieht man nicht jeden Tag mein Gott ist das ein U-Boot? das ist ein U-Boot wow wir kommen bis hierhin schau sich alle das an ist wohl bei Hochwasser gekommen und dann stecken geblieben schauen wir es uns an, hm? ich weiß nicht recht mir ist bei der Sache irgendwie unwohl unwohl? sag bloß, du hast noch nie ein deutsches U-Boot mitten im Dschungel gefunden ach, jetzt mal im Ernst, Nate weißt du was? du bleibst hier ich seh mich mal um und geb dir Bescheid wenn ich auf die Crew treffe ja genau mach das oh, warte mal das bewahrst du lieber auf okay ich glaube das könnte echt anstrengend werden so Leute ja wenn ihr wissen wollt was genau in diesem Schiff drin ist dann bleibt dran denn das seht ihr nämlich in der nächsten Folge von Let's Plays TV Steve Fox 4 bleibt dran das wird nämlich spannend das wird nämlich spannend das wird nämlich spannend